Wunderschönen guten Abend. Wir haben knapp jetzt 15 Minuten nach 20 Uhr, den 31.01.2020. Ihr könnt euch vielleicht noch an die Jammie erinnern. Das war mein Interviewgast bei meiner letzten Schlafstopp-Sendung bei Wignus Radio, Wignus TV. Ging es natürlich auch wieder mal um mein Steckenpferd, die Firmen Jobcenter und was da so abgeht. Und ihr ist unlängst wieder was widerfahren. Da hat sie sich an mich gewandt und wollte mir das dann mitteilen. Da habe ich gedacht, ja komm, Jammie, hey, dann mach mal doch da jetzt auch ein Filmchen draus. Kann bestimmt nichts schaden. Ist allerdings auch wieder aufgenommen per DAT-Rekorder mittels Telefonaufzeichnung. Ist aber egal, der Inhalt zählt, wie ich das jedes Mal dann auch so immer wieder unterstreichen möchte. Also wer es denn dann schauen mag, darf das dann auch gerne tun bei Wignus TV oder bei Bitshoot oder auch bei VK. Einer von den drei Dingern wird ja hoffentlich funktionieren. Danke fürs Anklicken, danke fürs Zuschauen und freut euch auf den Hauptfilm. Wobei da auch wieder man mit den Ohren schnackeln darf oder die Augen verdrehen darf oder einfach nur kurzum ins Eck kotzen, wenn ich es jetzt so sagen darf. Okay, dann geht es ja jetzt gleich zum Hauptfilm über. Tschüss.